Was gedacht meine Freunde, wir testen heute die Frösche Ahr von Keller in der 50er Packung. Ich glaube da müssten 10 5er Packungen drin sein. Gucken wir einfach mal. In diesen alten Päckchen, so waren die ja damals immer verpackt. Gucken ob das nur Mogel ist, oder vielleicht sind die ja echt ganz gut. Jawoll, megageil. Ja, machen wir noch ein. Geht eigentlich voll in Ordnung. Machen wir noch mal zwei auf einmal. Ey, die sind mega geil. Wieso habe ich mir da vorne nicht noch eine 50er Packung gestellt. Ich habe jetzt Lust auf noch ein Päckchen. Weil die machen einfach mega Spaß. Da kommen zwei Stück noch. Die aktuelle Ware, Jungs. Und den letzten. Auf jeden Fall topfresche Jungs. Kauft euch die. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und schau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Abonnieren tes Nein. Bis zum nächsten Mal.